Willkommen, mein lieben Young Guess und herzlich willkommen zur mittlerweile 99. Folge von Staffel 6, müsste es sein. Ähm, ja, ich hab mir mal während der Aufnahmepause das Jetpack angezogen, so dreist wie ich bin, ja, und ich klaue natürlich wieder die Anmoderationen von anderen YouTubern, das ist natürlich auch immer schön. Und, ähm, ja, ich zieh das aber gerade mal aus, damit ich hier so sprinten kann. Oh, ja, das ist ja schon mal ein guter Start. Ich weiß nicht, ich krieg die Creeper überhaupt nicht mehr gepeilt irgendwie, hab ich das Gefühl. So, ich baue mich mal hoch. Ähm, ja, ich bin tatsächlich während der Aufnahmepause endlich mal dazu gekommen, was hier zu machen, allerdings auch nicht viel. Also, ich hab nur sehr, sehr wenig geschafft, weil ich hab es wieder verpeilt, mir die Zeit so einzuteilen, dass ich einfach mittendrin, äh, ein paar Sachen mache und ich mach grad mal die Musik leiser. Ne, die Sounds. Die sind mir grad noch ein bisschen zu laut, ehrlich gesagt. So. Okay. Mach die in letzter Zeit immer ein bisschen leiser. Ähm, ja, auf jeden Fall bin ich grade, wisst ihr, das letzte Mal, wo ich hier aufgenommen hab, ist zwei Wochen her. Ich bin einfach nicht dazu gekommen, während dieser Zeit hier, äh, Offscreen-Nats zu machen, mal so eine halbe Stunde oder so. Ich bin nicht dazu gekommen. Oder ich hab auch die erste Woche überhaupt nicht dran gedacht und hab's nicht für relevant befunden. Und dann, äh, hatte ich letzte Woche Praktikum, da bin ich auch nicht dazu gekommen, das war sehr stressig. Da hatte ich, äh, musste ich lange aufstehen, äh, oder früh aufstehen, lange arbeiten und, äh, ja, da wollte ich das dann halt logischerweise auch nicht mehr machen. Ähm, und da hab ich dann erst am Freitag wieder dran gedacht. Oh. Und, äh, ja, da war's dann schon zu spät, weil Freitag hatte ich dann auch keine Zeit. Ach, das ist, äh, sehr stressig in letzter Zeit. Also, muss ich ehrlich sagen, und auch was hier grade los ist, ist sehr stressig. Das will man so eigentlich nicht. Was, wieso krieg ich das denn hier nicht hin, Alter? Wie viele springen hier auf mich drauf? Was ist denn hier los? Hallo? Stirb. Ich hab auch den Bogen schlau, wie ich bin, weggelegt. Mann. Nein! Mann! Jetzt hab ich wieder... Ich war auf Level 28. Haben wir hier wenigstens... Das liegt alles daran, weil ich so eine schlechte Rüstung hab. Boah, Leute, Alter. Das könnt ihr nicht mit mir machen. Wirklich nicht. Ohne Spaß. Jetzt geh doch mal dran. Ich hol mir jetzt hier diese scheiß Rüstung raus. So, ne Hose hatten wir ja noch. Ja gut, die war eh kaputt. Bis sonst hinaus. Naja, egal. Aber hätt ich doch jetzt nur mein Jetpack angehabt, Alter. Da kamen so viele, ey. Das ist so scheiße. Oh. Das kotzt mich immer richtig an, dass ich jede Aufnahme sterben muss in letzter Zeit. Früher konnte ich's noch mehr an einer Hand abzählen, wie oft ich in einer Staffel gestorben bin. Und diese Staffel ist das so ein miserables... ...ääh... ...Wirrwarr... ...an Toten. Dass man das überhaupt nicht mehr erfassen kann, wie viele Tote ich ja schon hatte, ey. Das ist doch unermal. Ich hoffe, jetzt liegen hier wenigstens noch ein paar Experience-Kugeln rum. Dass ich die mal essen kann. Ich hab mir auch ein bisschen Zeug gefarmt. Also hier so Brot und so, oder Weizen. Damit ich wieder Brot, äh, Neues machen kann. Und nächste Folge ist ja schon die 100. Aber ich, äh, hab aus Zeitgründen... Ihr merkt ja, was los ist bei mir in letzter Zeit. Ich beschwere mich ja des Öfteren mal drüber, dass ich keine Zeit hab und so. Und deswegen kann ich da kein Special machen. Ich würde es gerne, wenn ich eine Idee hätte, wenn ich Zeit hätte, würde ich eins machen. Ähm... Aber Zeit hab ich nicht. Und wenn ich mal Zeit hab, bin ich ehrlich gesagt auch... Oder hab ich auch keine Lust. Da hab ich, äh, mach ich dann andere Sachen. Die haben dann mehr Priorität. Deswegen kann ich jetzt hier kein... Special machen. Special Meshel. Hm, die Hose. Okay, ein bisschen hat sie noch. Ach, du Scheiße. Mensch, das ist echt immer schlimm hier. Muss ich ja sagen. Ich find's nicht so cool. So, Gedrecktschleim. Ne, stimmt. Ah, ich hab die Pfeile noch rausgetan und den Bogen nicht. Ja, trotzdem nicht gut. Hebe ich mir mal wenigstens einen auf. Und Pfeile brauch ich nämlich unbedingt immer. Vor allem, wenn ich halt hier... Ich töte die mal mit... Nicht mit der Axt, mit der Fackel, bitte. Ähm, vor allem, wenn ich hier... Gegen Creeper kämpfe. Weil Creeper krieg ich in der Version überhaupt nicht mehr gepeilt. Früher hab ich das immer hingekriegt. Aber jetzt, wo ich an der 1.8 gewöhnt bin... Wo es halt viele neue, äh... Spielmechaniken gibt. Auch was, äh... Kämpfe anbelangt. Da bin ich einfach nur raus. Wenn ich hier wieder in der Version spiele. Und Stahlrüstung bringt echt mehr, ne? Oder? Oder liegt das jetzt an der Diamanthose, dass die so viel... ...bringt? Ich glaube, daran liegt's. Alter, wie laut ist die Musik, bitte? Ich hab aber 5%. Nee, oder 6. Ist schon krass hier, wie laut das ist. Ähm, hab tatsächlich jetzt einen Kommentar gelesen. Hat sich jemand darüber beschwert, dass die Musik zu laut ist. In einem Video, was ich halt jetzt hochgeladen hab und nicht... Also, was ich halt hochgeladen hab, wo ich das hier aufnehme, genau. Da hat sich jemand beschwert. Da hab ich nämlich auch wieder Werbung gemacht, so ein bisschen. Sonst würde ich nämlich keine Kommentare kriegen. Und, äh, ja. Ah, hier ist wieder so ein Herz. Ähm, das raus lieber. Okay. Und ja, da wollen wir auf jeden Fall auf die Kommentare eingehen. Und schön hier die Musik natürlich leiser stellen. Natürlich daneben geschossen. Wie auch sonst. Mann, wollte mich nur fappen. Ohne Spaß, ey. Das ist so richtig dumm. Ich hab überhaupt, zumindest hier in der Staffel, wisst ihr... Äh, so privat ist es, äh, eigentlich ganz okay, wie ich so, äh, hier zocke. Ich zocke das ja auch schon drei Jahre oder so. Und weiß immer noch nicht... Oder hab immer noch nicht den nötigen Skill, um hier alles, äh, ordentlich zu plätten. Ich sterbe ja immer noch an stinknormalen Creepern und allem. Und Zombies und was weiß ich. Das ist total Noob-mäßig, äh. Und ich bin auch so froh, dass man nicht alle Level verliert, wie in Vanilla. Jetzt haben wir nämlich schon wieder 21 und im Normalfall hätten wir... Drei. Ich, ich gewinne gegen keinen Creeper mehr. Was ist denn das? Was soll die Scheiße? Ohne Spaß, das raubt mir immer die Lust. Jedes Mal. Guckt euch das mal an, wie zerfetzt das hier ist. Allein schon vor unserer Haustür und hier das Biom wollt ihr gar nicht sehen. Komm, ich muss jetzt noch einen Kampf mit dem Creeper, mit dem Schwert gewinnen. Sonst ist das hier, das ist jetzt Ernstsache. Mann. Voll nervig. Nein, du gehst jetzt nicht hoch. Das ist jetzt mein Sieg, so. Aber auch wieder übelst knapp. Was ist denn nur los? Das ist nur hier so. Wenn ich jetzt in 1.8 gehe, in Vanilla... ...zleckt hier halt mega. Und das macht eine Menge aus, wenn's leckt. Vergleich das mal selber. Also das ist jetzt keine Ausrede oder so. Nur damit ich gut dastehe. Ähm, sondern das ist wirklich so. Vergleich mal, wenn ihr so 20 FPS habt. Und wenn ihr 60 FPS habt. Und vergleicht da mal die 1.5 mit nem riesigen Mod-Pack, wo alles sowieso schon laggt. Egal wie gut der PC ist. Ähm, weil einfach Minecraft das schlecht verarbeiten kann. Minecraft an sich. Und, ähm, ja, vergleicht das mal mit der 1.8 Vanilla. Weil in 1.8 haben sie halt auch performancemäßig losgelegt. Und da, äh, sollten die Creeper und alles nicht mehr so schnell hochgehen. Soweit ich weiß. Und ich suche gerade Kohle. Mensch, in der Folge wieder nichts geschafft. Aber immer noch mehr geschafft, als wenn ich, äh, Offscreen nix gemacht hätte. Habe ich mir ja zumindest mal eine Viertelstunde oder so Zeit genommen. Ach, ich wollte heute eigentlich auch wieder Themen ansprechen. Wird aber alles nix, wie man sieht. Toll, wir haben keine Kohle mehr. Sehr schlau. Wir brauchen Kohle. Ach, dieses ständige Einsortieren. Das geht mir auch so auf den Schwimmer. Das glaubt ihr nicht. Hier, jetzt habe ich 10 Kisten geöffnet, um eine Sache wegzutun, wisst ihr? Das ist immer richtig kacke. Leder habe ich wieder, weil ich halt gepaart habe. Die Viecher. Weizen. Das, das. Barley habe ich hier noch. Das wollte ich mir zu Brot craften. Das eine werfe ich jetzt weg. Das braucht kein Schwein. Ähm, Cotton. Glas. Äh, wo hatte ich ein Glas? Hier oben bestimmt, ne? Dann dort hatte ich jetzt hier schon eine neue Kiste angefangen. Alter, diese Goldkisten, ne? Wenn die jetzt schon befüllt sind. Na, Hut ab. So, hier die ganzen Forth Smits. Die brauche ich jetzt erstmal nicht. Die kann ich wieder gebrauchen, wenn ich Bäume fälle. Weil das halt wesentlich schneller damit geht. Das komische Brain. Das braucht auch kein Mensch eigentlich. Ähm. Dann mache ich mir mal ein neues Schwert. Habe ich jetzt die Sticks eigentlich hingetan, die ich noch hatte? Hm, keine Ahnung. Noch ein Schwert am besten. Weiß ja nie. Und dann, ähm... Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Scheiß, schon wieder vergessen. Oh, Spaß, ey. Bin so vergesslich. Das glaubt ihr nicht. Ich wollte mal irgendwas holen. Ach stimmt, Kohle, genau. Ja, wir brauchen unbedingt Kohle, ey. Wo ist denn meine Dia-Spitzhacke eigentlich? Oh ne, jetzt auch nicht die Dia-Spitzhacke. Ist weg mit Efficiency. Da raste ich jetzt aus. Warte mal, warte mal, warte mal. Ganz, ganz schnell jetzt hier. Bevor das irgendwie despaunt oder so. Die habe ich bestimmt nicht mal aufnehmen können. Und da habe ich sie ja vergessen. Ohne Witz, ne? Wenn die jetzt weg ist. Alter, ey. Ich habe hier nur... Ich bin wie in Folge 1 hier. Wir haben 99 Folgen hinter uns. Das glaubt uns kein Mensch. Ich würde mir selber glauben, dass ich hier gerade mal 30 Folgen habe. Oder so. Was ich hier alles schon verloren habe, ohne Witz. Das ist langsam ein bisschen nicht mehr feierlich. Ich weiß nicht. Ich bin so unproduktiv, ey. Was ist denn nur los? So. Boah, Alter, ey. Das pisst mich gerade richtig an. So, hier rein. Zum Glück haben wir den Seiteneingang. Boah, ich erst wieder eine Pickaxe, Alter. Was ist denn nur los? Aber wir hatten ja sowieso noch eine. Was reg ich mich eigentlich auf? Also, das ist ja eigentlich doch scheißegal. Ähm, Pfeile. Hätte ich gerne. Hier habe ich noch einen Stick. Nehme ich mir mal gerne mit. Oh, Mann. Arrow. 4. 4. Super. 52. Komm hier, das tut mir jetzt doch leid. So. Und dann gehen wir runter in die Mine, farm ein bisschen und ich spreche wieder ein paar Themen an. Und ich nehme mir auf jeden Fall auch die Dinger mit. So. Wenn ich wieder hochkomme, ist da hoffentlich wieder ein bisschen was gewachsen. Ja, Alter, hier. Richtig. Wieder richtig die, äh, wie sagt man? Die Chaos-Folge, Alter. Ohne Spaß. Das ist richtig nervig. Na gut, aber mit der Efficiency-Spitzhacke sollte man relativ schnell, äh, durchkommen. Und mal sehen, was wir dann nächste Folge machen, so. Hier haben wir zum Beispiel noch so ein Zeug. Das können wir, glaub ich, auch für unsere Quantum-Rüstung brauchen. Die wir halt demnächst machen. Und da muss ich dann eine Timelapse wahrscheinlich machen oder so. Oder hier einfach, äh, das nachkommentieren, weil sonst ist das zu langweilig. Wenn ich da die ganze Zeit crafte und ihr habt nicht mal ein Thema, weil ich die ganze Zeit so konzentriert bin. Und dann nehme ich das lieber separat auf, wo ich gar nicht reden muss nebenbei. Und dann, äh, halt drüber quatschen. Ähm, es war jetzt doppelte Aufwand für mich. Mal sehen, wann ich dazu komme. Boah, Alter, ich hoffe wirklich, dass ich da mal die Zeit dazu habe. Äh, hier das doppelt, äh, zu machen. Aber obwohl anderthalb Stunden mehr, das wird ja jetzt auch mal möglich sein in der Woche, wisst ihr. Da muss ich ja dann auch selber mal sagen, nee, hier, das, äh, muss gehen. Das kann gar nicht anders. Ich werde wahrscheinlich dann auch das Gameplay schon eher aufnehmen, ein paar Tage, als, äh, das, äh, kommentierte. Bei dem kommentierten möchte ich mich dann halt wirklich sehr stark aufs Thema konzentrieren. Mal sehen, was das dann für Themen sein werden. Mal sehen, wie sieht.